Als man angefangen hat, um die 2000er Jahre wirklich in der Breite computerlinguistische Anwendungen zu schreiben, kam man dann eigentlich auf die Idee, die Wörter selber als primäre Objekte zu betrachten. Man versuchte nicht mehr, die Bedeutung der Wörter noch weiter aufzubauen, sondern man hatte eigentlich sich Datenbanken geholt, wo man Wörter reingeschrieben hat und zum Beispiel reingeschrieben hat, die Stadt X hat so und so viele Einwohner. Man hat versucht, dieses Wissen in solchen sogenannten Triples aufzubauen, was ungefähr auf dem Niveau ist, who did what to whom. Wer tut hier was? Wer hat von welcher Firma den Chefposten übernommen oder ähnliches? Hat man in Datenbanken geschrieben, zum Beispiel in Linked Open Data waren so Stichworte, Semantic Web, ähnliche Techniken. Und so hat man zum Beispiel auch den Wissensgraf bei Google aufgebaut, der immer dann benutzt wird, wenn wir diese Infoboxen bekommen bei einer Google-Suche, wo dann steht, zu New York, das hat so und so viele Einwohner, das ist die Bürgermeisterin etc. pp. Das speist sich eben aus so einer informatischen Struktur, aus so einer Datenbank und die werden typischerweise halbautomatisch aufgebaut. Man muss nicht jedes Faktum da reinschreiben, aber man braucht eben Heuristiken und Regeln, um sicherzustellen, dass da auch nichts Falsches drin steht. Und so funktioniert auch der klassische Roboterjournalismus, der dann in der Lage ist, C-Jugend-Fußballspiele oder Börsenberichte oder Wetterberichte automatisch zu generieren. Da gibt es dann so ein Template irgendwo in der Datenbank und da steht dann drin, wenn das Spiel bis zur 20. Minute kein Tor gebracht hat, dann kann man den Satzbaustein nehmen. Das Spiel begann langsam und in der 21. Minute fiel dann ein Tor oder ähnliches. Bei diesen Ansätzen hat man eine sehr starke Kontrolle darüber, was passiert. Also im Zweifelsfall kommen da Texte raus, die einfach an sich stimmen, aber es skaliert eben nicht. Also besonders interessantere Sachverhalte kann man auf die Art und Weise nicht modellieren. Das Spiel begann.